Hallöchen, Leute! Willkommen zum neuen Video! Heute mal mit Musical.ly und ich muss mal die Tür zu machen. Bis gleich! So, Leute, hier bin ich wieder. Ich habe jetzt die Tür zugemacht und ja, ich möchte mit euch heute mal ein paar Musical.lys anschauen. Und ja, mal schauen, was das jetzt gerade ist. Kommen immer so ein paar Musical.lys auf der empfohlenen... auf der Seite hier halt. Oh mein, das ist schon wieder dieser Robo-Dancer. Was macht denn der schon wieder? Das ist aber diesmal noch nicht so richtig roboterartig. Aber ich mag ihn. Gleich einmal ein Herzchen geben. Er hat schon 949 Likes. Cool. So, jetzt schauen wir mal. Schauen wir mal, was es sonst noch gibt. Was? Mitternachtssnack. Hashtag Mitternachtssnack. Oh, wer weiß, was... Da kommt... What the freaking hell? Wer zum Henker nimmt sich im Bett auf? Also wirklich. Einer der dümmsten Musical.lys, die ich je gesehen habe. Und dann auch noch die Pink Panther Musik dazu. Das war aber zum Schluss geil. Endspätsch. Geil. Ich muss dir mir vorstellen, du wachst in der Früh auf und dann kommt sowas im Kühlschrank. Ha, 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 ha. Oh, weil ich würde mich da richtig verarscht vorkommen. Jetzt schauen wir mal, was mit dem Musical.ly ist. ja schon wieder da stellt wieder eine in der aufnahme was macht denn der ich bin so schön ich hab die haare schön ich hab die haare schön ich hab die haare schön oh mein gott ja leute hier bin ich wieder ich habe gerade nur noch schauen müssen ob es wieder weiter aufnimmt übrigens den timer habe ich dazu auch hier hinten an der seite da wird ich weiß dass auch wirklich aufnimmt wie bescheuert muss man sein und mitten in der an in der aufnahme anzurufen ich glaube ich habe sogar gefilmt wie ich es abgebrochen habe da habe ich dann auch noch geschrieben thank you for calling in my recording ich weiß mein englisch ist nicht gut aber sie weiß zumindest jetzt muss ich mir schnell die hampelmänner anschauen eine 40 jährige alles klar und dann noch ein hot pants die sehen manche sehen wirklich echt alt aus mit ihren make-up muss ich mir schauen ob man hinten die kamera sieht dann nimmt da sitzt einer am computer und nimmt es auf wie geil ist das denn er hat wahrscheinlich von sich weggezoomt aber den spiegel nicht beachtet geiler geiles musikerli geil was macht denn er im bett sie macht es nicht besser sie crasht nochmal in meine aufnahme rein was macht der filmt sich wie er auf dem bett aufsteht was will ich denn beim mitternachtssnack erwarten oh gott teletubbies flashback leute das müssen wir anschauen oh mein gott das wird was das wird was oh mein gott wie können sich die leute zum arfen machen oh mein gott am teich Teletubbies am teich puh das ist doch kein Teletubbies das ist kein Teletubbies also das ist kein Teletubbies da weiß einer nicht was Teletubbies bedeutet oder was das waren was when my crush asks me questions was ist denn das für ein langer Hashtag mitte 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 Oh, Lippen-Synchronität. Lippsinn. Da muss ich mal schauen, ob das wirklich alles synchron ist. Da bin ich ja gar nicht gerne so ein. Pingeliger Pingel. Das müsst ihr jetzt auch so anschauen. Die haben das irgendwie feucht aufgenommen. Einfach wie manche einfach ihre Brüste rausstrecken. Ja, die haben eine gute Lippen-Synchronität. Oh, ne. Oh, wea, 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 wea. Was ist das für ein grottenschlechter Robo-Dance? Da möchte ich ja gar nicht mehr hinschauen. Oh, Gott. Oh, Gott. You can't Robo-Dance. Oh, Gott. Jo, Leute, ich würde sagen, das war's soweit. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Video von und mit mir. Bye, bye und tschüss.